Es geht an dich, da. Heute 20.15 Uhr, Stream. So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Community Time. Community Time. So, und ja, heute lese ich mal wieder Kommentare von euch vor. Jeden Samstag, ihr wisst Bescheid. Und wir fangen auch mal direkt an mit dem ersten Kommentar. Der ist nämlich von AFC12. Und der fragt, magst du mich? Und ja, AFC12, du bist auf jeden Fall ein sehr aktiver Zuschauer. Und ja, das ist ja immer gut. So, der liebe Sterex.de schreibt, hey Moritz, gehst du nächstes Jahr zu Gamescom? Wenn ja, gibt es T-Shirts. Also ich sag mal so, T-Shirts mit 700 Abonnenten bis, wahrscheinlich, wir müssen ja in die Zukunft denken dann, weil Gamescom ist ja noch hin. Und der denke ich mal nicht. Und ja, ich gehe auf jeden Fall auf die Gamescom. Was sind deine PC-Specs? Specs, was sind denn PC-Specs? Ich weiß nicht, was das sein soll. Der liebe Phoenix schreibt, hey, könntest du mal, äh, könntest du mal bitte bei mir vorbeischauen? Nein, äh, bei mir vorbeischauen habt ihr einen Banner und ein Profilbild zu Halloween gemacht. Oh Gott, da muss ich gleich mal gucken. Äh, okay, cool. Der liebe Scriptation PvP schreibt, ich, äh, kenne Dirk, du bist voll koll. Mit so einer komischen Schrift, alles klar. Der liebe Jan Schlebach aka Jan-Superman23 beziehungsweise HeyJan schreibt, ähm, mach weiter so. Aber jetzt, Punkt, Punkt. Äh, aber jetzt noch eine Frage. Freust du dich auf die Schule? Total. Du bist so ein Volktrottel. Also, äh, Schule ist ja bei mir schon angefangen, aber, yay. Die nächste Frage kommt von Tim Turtle, der schreibt, nimm dich. Hashtag von Moritz, kannst du mal ein GTA auf dem PC zocken? Äh, ich, GTA finde, GTA finde ich recht gut. Das Spiel mag ich, aber, äh, ich weiß nicht, ob ich es mir holen soll. Ja, mal gucken. Der liebe I'mOli schreibt, ich kenne dich, Punkt, 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 persönlich in Caps. Alles klar, du bist doch, glaube ich, nicht der Einzige, der mich persönlich kennt. Der liebe, äh, wow, MC Mundus schreibt, Kommentar, er schreibt, einfach, Kommentar. Komm runter! Und, äh, die liebe Mümmel, 007 schreibt, in welcher Klasse bist du? Und, äh, geiles Video, hust, wie immer. Alles klar, ich bin der 8. Klasse. Der liebe Reap's Popp schreibt, 25 Likes, 0 Dislike, gut, gut so, mit Herzchen. Ja, Leute, das hat mich auch sehr gefreut. Äh, der liebe Letztin, der Metsumango schreibt, ich bin sexy und Reap's Popp ist ein hotter Typ. Der liebe Creeperboy schreibt, äh, hi, ich bin Peter, 2000 Q, könntest du mich auf Skype adden? Heißt du PeterMuck2005, ich glaube, ich hab dich schon geadet, soweit ich weiß, ja, du brauchst schon in meine Skype-Liste. Der liebe MrBC schreibt, alles kahl, ist ja der neue Insider von uns hier, nicht alles klar, sondern alles kahl, mein Friends. Okay. Der liebe Noah schreibt, du kannst einfach mal ein paar Free-to-Play-Spieler auf dem Stream oder so spielen, es gibt dort viele FTP-Spieler. Ähm, Free-to-Play-Spieler sind eigentlich ganz cool. Ich hätte aber eher so Bock, das Format zu machen und das dann einfach auf dem Handy zu machen. Das wäre doch mal eine coole Sache, also so Apps, wo da nicht echt Bock zau. Muss ich aber nochmal ein richtiges Aufnahmeprogramm für das Handy finden, was free ist und was, ja, muss noch nicht mal free sein. Äh, darf halt keine Werbung haben und muss recht gut funktionieren. Der liebe Michael Sperle schreibt, ich bin dieses Mal nicht drangekommen, dieses Mal aber. Sobescha hd schreibt, immer wenn ich etwas schreibe, ignorierst du es. Der liebe Strolchix hd schreibt, was heißt du von D-Dossen? Ey, ich meine, D-Dossen, ich meine, das heißt noch nicht mal D-Dossen, sondern Dossen, aber D-Dossen ist, glaube ich, einer der unnötigsten Sachen. Ich sagte auch immer, oh, der Server wurde ged-Dost, da sind wohl die kleinen Kinder mal wieder vom Mittagsschlaf erwacht. Die Idee mit den Apps testen ist schon ganz cool, überleg dir es nochmal gut, ich finde es geil, PS. Äh, du liebst, äh, alles kahl. Auf jeden Fall, äh, ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock mit diesen Apps testen und so weiter. Und ja, der liebe Reeps PPP mit so einem krummen Smiley schreibt, ha, 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 du bist so geil, ha, oh, Doppelpunkt, 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 Doppelpunkt. Äh, fragt Moritz, wie findest du Delfine? Tool? Ja, ich finde die total tool, Alter. Ja, lieber Official Accept Dogs schreibt, Moritz Bestem. Und ja, ich muss sagen, Official Accept Dogs macht ziemlich coole Videos, ihr könnt mal bei ihm vorbeikuchen, wenn ihr wollt. Aber guckt euch das Video zu Ende an, Leute, das ist Zwang. Okay. Liebe MC Edeljoker schreibt, wenn du schon vloggst, dann bitte auch regelmäßig. Ich sag mal so, äh, das mit dem Vloggen, ich will nicht zu einem Vlogger werden. Ich hab da meine eigene Hand, ich mach manchmal einen Vlog, ich find, da muss man jetzt nicht das regelmäßig machen. Ist meine Meinung. Was hab ich hier eigentlich in der Hand, Alter, was ist das? Äh, der liebe Purzluppe22 schreibt, dein Stream war voll nice heute. Leute, Leute, es geht an dich da. Heute 20.15 Uhr, Stream, seid, ähm, auf jeden Fall dabei. Der geht heute übel lange, also mindestens so ein Uhr, also das wird ganz geil. Der liebe Hannes schreibt, okay, und dann so ein, oh, smiley, oh, do it, oh, der liebe Lennart Klassen schreibt, ich fände es cool, wenn du Apps reviewst. Yo, fände ich auch, sind wirklich so nice und ja, Clash of Clans mache ich aber auf keinen Fall und ja, das ist nicht so cool, also ich finde das Spiel an sich ganz cool, aber ich glaube so zum Reviewen würde ich eher so kleine Spiele spielen wie MLG Flappy Bird, mal so, so, als, ihr wisst Bescheid. Der liebe Decentrix Minecraft schreibt, Lell. Lennart Klassen schreibt, hey Moritz, ich bin GoToBeHero und möchte mich entschuldigen, dass ich hier auf Twitch zugegeben werde. Leute, schreibt die Entschuldigung bitte nicht hier, sonst schreibt es mir, es gibt da extra E-Mail, äh, Internetseite für getma.gymro.de, da könnt ihr entschuldigen, alles schreiben, aber bitte nicht unter meinen Videos. Ähm, der liebe Miran Saliou schreibt, der Hashtag sagt Moritz, es tut mir leid, dass ich nicht auf den Server kann, äh, weil ich in den Ferien bin, auch kein Computer, oh, sorry. Also ich meine, ähm, wenn du nicht auf den Server kannst, äh, ist es halt ein bisschen schade, ich weiß jetzt nicht genau, wie du in und ich werde, nein, du wirst natürlich nicht entwhitelisten, äh, also auf der Whitelist von dem Bauserver, also auf den anderen Server können ja schon alle das jetzt, dann wisst ihr, dann wisst ihr alle Bescheid. Der liebe MC Steve Meave schreibt, hey, ich bin's Little Pew View, hey Little Pew View. Äh, den Lienen OSG schreibt, ich war Mowrex. Der liebe It's Creeper Time schreibt, wie heißt dein Design Channel? Ähm, ich glaube, den müsst ihr selber rausfinden, den möchte ich nämlich nicht so groß anpräsen, weil ich da ernsthaft nicht so viel mache und der, Leute, äh, mh. Und damit, äh, beende ich auch diese Folge Community Time, wenn euch gefallen hat, würde ich mich gerne um eine positive Bewertung freuen und, äh, ja, wir sehen uns am nächsten, am nächsten Samstag, am nächsten Samstag, wir sehen uns am Montag wieder mit dem nächsten PvP-Video gegen euch und dann, ähm, ihr wisst den Uploadplan, ihr wisst ihn. Also, haut rein und ciao! Warum hab ich da jetzt mein Handy gegen gehalten? Hey, meine Fresse, du abgehobene Schwein.